Was für ein Name! Planopoli Motion 4.01926 heißt dieses Sofa. Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und ich bin CEO von profischnapp.de und ich zeige Ihnen jetzt dieses Sofa. Wir checken, stärken und schwächen. Sie sehen man kann die Kopfstütze ganz runter lassen und dann wirkt das Sofa auch sehr grazil. Sie können sie natürlich auch hoch lassen und jetzt kommt ein Wall-Free Beschlag, Wand frei nach hinten mit Herzwaage. Das heißt jetzt geht er hoch und jetzt sind meine Beine wirklich über Herz Niveau und jetzt kann ich dann super gut chillen. Wahrscheinlich werde ich bald nichts mehr mitbekommen, weil es so bequem ist, aber auf jeden Fall sehr gut für die Beine. Blutrückfluss wird optimiert. Dann kann ich die Kopfstütze noch auf meine Höhe bringen und in der Neigung verstellen. Das ist schon gut. Zum Sportschau schauen, nicht so gut. Da muss ich dann zurückgehen. Das ist dann die Sportschau Position. Nachteil bei den Wall-Free Beschlägen. Ich komme nie ganz so flach raus wie bei den anderen Beschlägen und bei der Herzwaage kann ich jetzt nicht den Rücken und das Fußteil getrennt voneinander verstellen. Okay, das müssen Sie wissen. Ich finde die Technik sehr gut, weil sie schnell geht. Wall fliegt, kann es an die Wand stellen. Die Armlehne kann ich hoch und runter klappen und somit habe ich wunderbar Platz auch zum Querliegen. Obwohl das Sofa, wenn es in die Armlehne oben sind, nur 1,85 cm ist und so 25 cm mehr. Leder Longlife Schlamm. Pflegeleicht. Jetzt muss ich mal was Negatives sagen. Negativ? Schwierig. Das Sofa ist nicht größer. Das Sofa kann sehr viel. Das sind alles keine wirklich negativen Punkte. Der Preis natürlich. Ja, hier ist viel drin, viel dran. Motoren, Stabilität, das muss ausgerechnet werden. Herzwaage beschlagt. Das Ding wird Sie kosten im Laden so um die dreieinhalb bis viertausend Euro. Ich weiß es nicht genau, aber so denke ich. Bei uns gibt es diese Schnäppchen jetzt für 2.490 Euro, so wie es hier steht. Einmal checken Sie bei profi-schnapp.de, ob es noch da ist, indem Sie oben rechts 1 9 2 6 eingeben. Jo, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren und ich freue mich, wenn Sie uns auf Instagram folgen und weiterhin freue ich mich, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Per Chat, via profi-schnapp.de, per E-Mail, per Telefon oder live hier in 721 86 empfingen. Ja, und das war's für heute. Danke und Tschüss. Ihr Lutz Reinhardt von profi-schnapp.de.